Musik Also unser Projekt MIEDU, Migrantinnen und Migranten in dualer Ausbildung, hat zum Ziel, die jungen Leute mit Migrationshintergrund von 18 bis 35 Jahren in eine betriebliche Ausbildung zu vermitteln. Wir haben 330 Ausbildungsberufe. Das ist gar nicht einfach. Das ist für einen deutschen Teilnehmer nicht einfach. Für einen mit Migrationshintergrund natürlich viel, viel schwieriger. MIEDU ist ein landesweites Modellprojekt. Es wird gefördert über den ESF, über Bund und Land. Bevor ich hierher komme, lebe ich in Iran und ich kann nicht arbeiten, ich kann nicht studieren. Ich habe in meinem Heimatland ein Studium erfolgreich und somit ein Metabo-Ingenieur. Jetzt möchte ich etwas anderes machen, weil ich nicht benutze mein Zertifikat für mein Heimatland. Ich denke, viele Leute sind jetzt nach Deutschland gekommen und sie wissen gar nicht, welche unterschiedlichen Möglichkeiten man hier in Deutschland hat. Heute erwarte ich, zu treffen mit anderen und zu reden zusammen, was ist gut für uns. Ich glaube, dass MIEDU kann mir helfen, weil ich kenne niemanden hier in Deutschland und ich kann nicht gut Deutsch sprechen. Ich erwarte Informationen über die Arbeit in Deutschland insgesamt und besonders, wenn man eine Ausbildung machen möchte, wie das läuft hier. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen und ich freue mich sehr, Sie heute zu dieser ganz besonderen Sightseeing-Tour in und um Magdeburg begrüßen zu dürfen. Sie sind ja quasi auf dem Weg, sich zu orientieren für Ihre berufliche Zukunft in unserem Land. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Möglichkeit, die Sie heute haben. Heute begrüßen wir hier im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Magdeburg junge Migrantinnen und Migranten und informieren Sie über das Berufsfeld Gesundheits- und Krankenpfleger. Daher haben wir einige praktische Stationen eingerichtet, wie zum Beispiel die Wundversorgung, moderne Wundversorgung, aber auch hygienische Aspekte betrachtet, wie die fachgemäße Reinigung der Hände. Also wir als Deutsche Bahnbaugruppe GmbH engagieren uns in dieser Tour, weil wir denken, dass es auch in der Verantwortung eines jeden Unternehmen und eines jeden liegt, sich dafür zu engagieren, dass die Integration von Flüchtlingen und Migranten in Deutschland gut vorangeht. Denn man sollte diesen jungen Menschen auch eine Perspektive geben für ihr zukünftiges Leben. Man sieht, hier sind also ganz normal Gleise verlegt, so wie es bei der Eisenbahn sein sollte. Und wir haben das so angeordnet, dass wir in der Lage sind, alle Tätigkeiten, die wir üben müssen, hier auch abwickeln zu können. Ja, wir sind hier ein weltweit expandiertes und aufgestelltes Unternehmen. Wir sind eine Unternehmensgruppe von sieben Standorten. Das ist Frankreich, Eschen, in Liechtenstein, Deutschland, Polen und so weiter. Weltweit sind unsere Kunden und da haben wir gesagt, wir müssen jedem, der in Deutschland Zuflucht sucht, auch hier eine Möglichkeit geben, hier Fuß zu fassen. Von den Jugendlichen, die sich bei uns für eine Lehrstelle bewerben, erwarten wir natürlich ein sehr gutes Lernverhalten, Sozialverhalten vor allen Dingen. Wir wollen ein Miteinander, vor allen Dingen Teamarbeit muss ja geeignet sein und ansonsten handwerkliche Fähigkeiten. Wenn das Mathematik- und Physikverständnis da ist, funktioniert das vollkommen. Ja, der BOS-Tour war sehr gut. Ich sehe Menschen und sie arbeiten und sie erklären für uns, was sie tun. Ich habe Vertrag für Ausbildung mit dem Zertifikat, ich kann gehen in mein Land oder in andere Land. Gerade bei der Unternehmens-BOS-Tour waren wir total begeistert, was für eine tolle Atmosphäre da entstanden ist. Wir haben drei verschiedene Unternehmen besucht und das fand ich richtig, richtig wichtig. Ich möchte Ausbildung machen in Deutschlandmechanika. Ich habe das gesehen mit Tissing und ich möchte das machen als mein Beruf. Ich möchte Ausbildung machen bei Deutsche Bank. Also ich habe meine Ausbildung als Bankkauffrau bei der Sparkasse angefangen. Es ist ein unverschämt aufwendiges, anstrengendes, ein unverschämt dankbares Projekt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020